Willkommen von den Fangsgeräten, ich bin Morgon Zerkum von Infractor und die Lautstärke ist eben weil ich auf der LAN bin. Genau und das ist Counter-Strike 1.6. Nein, jetzt hängt aber die Steuerung, bitte. Es ist zugelemmt herum. Ähm, nein, so ist das aber nicht. Irgendwie nicht real. Ja, nein, du sollst die, du sollst halt jetzt loswerden. Ah ja. Genau. Irgendwie. Ja, also wer jetzt irritiert ist, das ist halt so eine Spaß-Map, ja. Ja, wir werden. Terrorist, win. Ja, klar, klar! Ja. So, ja genau, also Counter-Cycle 1-6, äh, auf der LAN-Party spielen wir das überhaupt ganz ganz gut. Äh, aber wenn gerade die meisten nur die Flashes oder sowas spielen. Das haben wir schon irgendwie 99 gezockt. Oh, das ist halt aber immer free. Wenn ihr mich schnell versteht, dann... Sorry. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Alright, let's move and fire. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Ich würde mal die Karte wegziehen Also das Problem ist halt echt, dass die Maus total hängt Ich weiß nicht was der Quatsch sagt Terrorists win GO 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 Das ist ein Wettbewerb! Terrorists win! Lock and load! Terrorists win! Terrorists win! Es wär echt mal Zeit für'n Kartenwechsel. Wenn nicht mach Is jetzt einfach mal kurz e' eine Cut und wir sehen uns gleich in der praticense Caybe. Bis gleich, Tschööööö. Jo, jetzt haben wir die... Karte gewechselt. Ja, das Problem ist halt, wir waren die ganze Zeit viel mehr, jetzt spielen sie mit, keine Ahnung, Karspiel Civilization oder sonst irgendwas, das ist die typischen Auflösungserscheinungen, wenn ihr doch wieder irgendeine Pornoskopter- oder Singleplayer-Spiele spielt. Wobei die Masse spielt halt echt diese MOBAs, naja, Geschmacksache. Wobei die Masse spielt halt. Ja, das ist die gute alte Diegel, die Desert Eagle. Ja, der hat mal Mitspieler nicht aufgepasst, wo Schiegel auf bin, und dann hatten wir mitkrieg, wo ich gekillt wurde. Ja, der hat eine Auflösung. Die Bomb hat sich getrennt. Terrorists win! 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 Verdammte Cheater! Verdammte Cheater! Mit den paar Lebenspunkten sollte ich nicht irgendwo herunterspringen? So ein Sack, ey! Ja, das packe ich jetzt eh nicht, ich habe gar keine Entschärfungssette dabei. Das heißt, ich kann es in der Zeit gar nicht mehr schaffen, die Scheißbombe zu entschärfen. Okay, da ist sie nicht. Sie haben andere Platz. Ja, das ist halt echt das Problem mit so winzig kleinen Teams. Alter! Ich kann es nicht mehr machen. Ich kann es nicht mehr machen. Ich kann es nicht mehr machen. Ja, 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 ist witzlos. Okay, eine Runde mache ich noch. Dann spiele ich auch was anderes. Zumindest habe ich bei der Glingheit auch mal Counter-Strike zeigen können. Die wahrscheinlich lange Zeit berühmteste Mod der Welt. Wobei mittlerweile ist es ja kommerziell. Da gab es ja dann auch Nachfolger. Sauber, gemessert. Das ist okay. Ja, okay, ich gehe jetzt auch hier raus Ich wünsche euch auch viel Spaß Wir sehen uns im nächsten Video Bis bald, tschö